Ich bin anders hoch. Guck mal, wo ich bin, Jungs. Tschüss, ich kann mein Team hin. 2 Heels. 2 Heels. 2 Heels. 2 Heels. Digamos ganz groß. 3 Heels. 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 4 Heels. 3 Heels. ist die blau-techniker meine nein ja wo sind die aber sehr schon wir sind ja von hinten noch du bist du bist dein ist bei mir Irgendwo mich fällt Oh Digga! Digga! Och come on! Der ist 1 HP hier! Ja! Genau der! Hab ihn! Hab ihn! Verrsch dir! Verrsch dir! Ey du nimmst auch einer! Ah wo? Der ist so one shot! Komm schnell! Hier hinter der Wand! Pass auf du bist one shot! Oder? Noch einer! Ja! Du bist es einfach! Finich! 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 Bin ich bei den anderen! Ja man! Boah Digga! Ihr seid einfach! Ich bin zu wild! Abbo! Abbo! Boah! Es kann ganz gut gehen! Geil alle! Geil alle! Geil alle! Geil alle! Abbo! Noch mehr! Ich hab mir die Filme an! Ja ja! Ich hab mir die Filme an! Ja ja! Na ja! Ja! Wo war der gleich los? Irgendwo im Feld! Da! Weil da oben ist! Vielleicht! Da! das ist geklemmt ja er hat ja wie geht es eigentlich genau so gehen beschreiben und dann haben wir keine chance der eine hat kommen ich kann einfach rein es war so der zu leben was auch vor dir erkennt der wand was ein gamer wie krass er ist im busch schräg im busch schräg weiter ich versuche eine granate reinzuwerfen ja hast keine chance jetzt ist der fett spieler ich höre was ich schütze halbricht gepflegt sich wiederholen ich habe einen kleinen Huren so einen Drecksbuster so schütze ich habe die Himmel so einen Drecksbuster zwei Hagen nur an dem PC her und kleinen Huren so eine hab keine Freunde halt der geht mal raus suche ich einen Job halt der kleinen Buster so eine oh Digger das ist ist das der jungs habt ihr habt ihr das neue kollege wird sich vorbestellen und ich hab das auch ich meine das unterlagen gerade diese beta hab gar nicht probiert wie ist was mich eingeladen latina Was ist das ausgelaufen? Was ist das ausgelaufen? Wo gibt es? Ich würde sagen, getötet Gott Ich habe in einer Stunde gesagt nichts Gleich ging aus Ich sage, ich gehe offline Ich mache mich offline und dann schröne die Gäste Ich habe nur ein Most Leid Ich habe nur einen Website Ich habe eine Wolva Ich habe sogar nur eine Wolva Ich kann es da... Bei mir liegt eine Pump für einen hier noch gegner was was one ja ja hast du gesehen wie der mich schlazert er hat 100er granaten sind hier noch welche die saal gelandet die kurze kann man die einer mit muni kann einer mit punkten zu dritt das bockt einfach nicht und er hat verlassen ja ich gehe dann auch ja ja dj und 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 Das war's für heute. Oh, 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 oh. Auf jeden Fall cool, viele von euch zu treffen und eigentlich wollten wir nur kurz ankündigen, dass das neue Video Gisela gegen Alexa Teil 2 online ist. Abswipen! Genau, abswipen! Ja, wir hoffen, dass euch das neue Video gefällt. Was heißt's? Hast du Angst vor mir oder was? Kannst du sprechen? Ich bin Hunger. Ja. Koffie abas. No money. Ja. Ja. No money. Wir arbeiten in den Zoran. Das war der Körperschüsse. Ich bin hier. Ich bin hier. Ja, das ist auf jeden Fall, ja? Geil Was hat doch einer, ey? Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020